Musik Mit Käse kann man alles mögliche anstellen. Wir versuchen der Kundschaft den Käse wirklich schmackhaft rüberzubringen, zum Empfehlen. Eigenherstellung werden zum Beispiel neu kreiert, auch hergestellte Kundschaft empfohlen. Unsere Französin, die kann ein bisschen auch vom Käse mehr erzählen, dadurch dass er gerade direkt aus Frankreich kommt. Er hat mich ein Kunde gefragt, was mein Lieblingskäse tatsächlich ist und da hat er mir den St. Aguir empfohlen, dass ich den Mann wirklich entweder mit einem Birnensaft oder tatsächlich mit einer Williamsbirne mal probiere. Und seitdem bin ich ein absoluter Fan von St. Aguir. Musik Und die Andrea, sie hat ihren Käsesomilier gemacht und darüber sind wir eigentlich alle stolz. Sie versucht wirklich uns ihr Wissen nochmal weiterzugeben. Musik Und da haben wir zum Beispiel jetzt die Ziegen Bio-Käserolle, Frischkäserolle, die ist sehr beliebt bei uns. Musik Anfang Juli fahre ich in die Schweiz zum Milchhaus und dann tun wir zum Beispiel eigene Sprints herstellen. Musik Also Käse ist für mich wirklich ein Traumberuf und das mache ich wirklich mit viel Herzblut und mit viel Freude, wenn wir, ja nicht nur ich, sondern auch unser Team, ja wir leben es im Prinzip den Traum aus. Musik 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 Musik